Ja hallo und willkommen zurück zu Let's Play Persona 3. Ähm ja, ich hab mir jetzt ein bisschen so gemütlich hier gemacht. Sehr gemütlich auf jeden Fall. Ich liege hier praktisch. Sehr bequem muss ich sagen. Muss mich ein bisschen Kissen hier aufschütteln. Ähm ja. Oh das ist auch sehr... Okay, die Position, da könnt ihr so jahrelang Let's Playen. So, aber auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Wir haben den ganzen Tag Zeit und ähm... Wir können mal so begegnen. Vielleicht finden wir auch ähm... Cari-Chan. Werden ist super. Hm. Wie sieht das? Hi! Jaa, kannst du auch mit mir den Film gucken. Ich bin mit deiner Freundin. Ähm... Prost. Okay, danke. Kommen wir ins UK-Regime? Nee. Wir können ja mal wieder zu den alten Ehepa gehen. Ja, ich liebe die Musik auch, ey. Die ist so schön für mich. Entschuldigung. Ja, ich niese irgendwie öfters in letzter Zeit. Keine Ahnung wieso. So, hier können wir hier reingehen. Ist auch zu heute. Jetzt werden wir jetzt ein Burger. Mystery Burger. Hören wir unsere Courage damit. Die Courage hat uns noch erhöht. Schön. Ich glaube wir das MMO auch spielen können. Jo, danke. Ich kann noch nie wieder machen. Wir können wieder aus dem Walmart gehen und Wir können dann praktisch, wie heißt das? Ähm, Ding da. Lack schon. Karoche. Wie doch nicht? Irgendwie lohnt sich Quaschen. Ähm, ein bisschen Lernen. Komm. Ah, geht super. Okay, ähm, ich mach das auch so ungefähr halt. Am wichtigsten sind die Social Links. Danach kommen halt, ähm, ja die Stats. Sieht halt so auf. Okay. Was machen wir jetzt eigenes? Kommt ich in den Data und Social Link? Ich bin mir erst einmal im Büro. Aber das Kipp ist ein bisschen, weil das ist... Naja, finde ich. Äh. Äh. Ich kippe es einfach mal. Ist ok, super in die Games. Ja. Ist einfach so ein Social Link, den man immer wieder machen kann, wenn man es frei hat und nichts zu tun hat. Muss man halt machen. Das ist auch ein... Ich finde das langweilig. Ehrlich gesagt, ich finde das wirklich langweilig. Es gibt nichts langweiliger als ein Game in ein Game zu spielen. Wir gehen jetzt vor die Tage leider schnell rum. Sind wir krank oder so? Ist wohl krank. Ich bin mir noch krank. Ich bin mir noch krank. Wir gehen mal zu nehmen. Ja. Ja. So, nehmen wir da mal den Social Link. Wieso NIST? Ich meine, den können wir damit schnell auffüllen wahrscheinlich. Immer wenn wir frei haben, machen wir einen Punkt raus. Der Social Link geht bis zur Szenen, ne? Das Lyric geht bis zur Szenen. Eigentlich muss man halt... so Pi mal Daumen so... Kumpel Treffen groß ausgedeckt. Mir geht das besser, ey. Mir geht das besser. Ja. 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 Okay, die da waren gerade, das ist halt, was vorbei ist alles, ne, die Golden Week und so, ne, was sehr scheiße ist und so, aber, ähm, sein Kind am Schreiben war irgendwie. Das war's. Oh Gott, ähm, scheiße. Ich würde, glaube, soft sogar sagen, weil hard ist nicht so wie natural. Natural, ich bin soft, soft, aber... Oh mein Gott, bin ich ein Genie? Das ist so geil. Das ist so geil. Ich hab das halt so gedacht, weil hard und soft, bestimmt eins ist von den beiden, ne. Vielleicht könnte man aus soft und natural das halt auch so zusammenhängen, also die zusammenhängen, ne. Ja, aber es ist halt, soft hat mit hard einen Zusammenhang und mit naturalen Zusammenhang irgendwie. Das Gegenteil von, also soft, das Gegenteil von hard, ne. Natural und soft, das, keine Ahnung, ich verbinde mit natural, ich könnte, wenn ich's von soft water und hard water, könnte ich's eher auf natural water umstoßen. Also könnte ich's erklären. Also, ich hab einmal hard water und soft water. Und, ähm, natural water könnte jetzt eher mit soft water verwechseln als mit hard water. In mein Kopf. Deswegen hab ich's soft water genommen. Alter, da bin ich's gut. Ich hab schon wieder reingeraten. Und, das war wirklich so dieses Praterprinzip. Die goldene Mitte irgendwie finden. Alter, ey, ich bin jetzt ein Genie. Oh, so karrig, ich-chan. Sie ist dasselbe. Hm. Ah, hallo. Frau. Yuko. Hallo, Yuko. Machen wir mal was zusammen, ne. Halt. Halt. Ja, wieder dieses Frauenproblem, dass es zu schwer wird. Das wird es wirklich, das wird es wirklich. Eben, wenn man viel Sport macht, kann man auch viel essen. Komm, wollen wir das einmal machen? Sie hat gesagt, du bist halt in Mädchenwohnheiten und sie ist besser und du bist mit so tollen Weibern wie Mitsubu und Yukari zusammen. Ich habe jetzt dazu gesagt, ja, aber du bist süß. Wieso? Ja, du hast eine gefährliche Kombination. Einmal ein, naja, ein netter. Schmeifler. Ein Händen zum Geld, Leute. Oh Gott, nein, das ist Yukari. Nein, das ist nicht. Oh Gott, nein. Du willst, glaube ich, es Yukari irgendwie so stecken oder so. Das war vielleicht ein Scherz, aber ab bis zum nächsten Mal. Das war vielleicht ein Scherz, aber ab bis zum nächsten Mal. Sag es, Yukari. Das sollte mal ehrlich sein. Das sollte ehrlich sein so Frauen sein, ey. Ja, okay, ähm. Sie suchen uns immer noch so. Ja, okay, ähm. Also, naja, ähm. Halt einen guten Kumpel. Guck mal, Leid, Yukari. Wir haben schon genug Tag gelebt. Wir haben schon genug gekämpft. Wir haben schon die oberste Ebene gemacht und so. Also, damit muss ich es zufrieden geben. Damit muss ich es zufrieden geben. Hm, ja. Hören wir nochmal unsere Quase. Das ist quasi ein Kauoke erhöht. Ist sogar relativ... Passend. So, spiel drauf mit seiner Hand. Äh, klar. Äh, machen wir das Sonntag was? Können wir ruhig machen, klar. Wir lernen noch ein bisschen. Lernen ist immer gut. Wirklich. Lernen hilft uns noch später sehr viel weiter. Oh, ich fühle mich sehr müde. Das ist gar kein gutes heißen. Ich glaube, ich fühle mich jetzt am nächsten Tag nicht so gut. Ja. Ja. Äh. Nein, wir kämpfen eh nicht oder so. Das ist trotzdem blöd. Okay, machen wir was mit ihnen. Ich glaube. Genau, für die Leute. Das ist, das ist cool wirklich. Also, wir kommen immer mal wieder, ne. Und, ähm. Also, wir kommen halt in Lunchtime. Häufiger, ne. Und, ähm. Und sagen so. Jo, da kannst du was mit denen machen und so, ne. Aber das ist noch ein bisschen so Story mit dabei. Das ist nicht immer derselbe Text, so. Zum Beispiel. Sobald er merkt. Ja, es kommt ein bisschen später. Ähm. Aber macht ja keine Sorgen, ne. Ähm. Es ist nicht so wegen... Wegen meinen Knie oder so, ne. Aber irgendwie ist es halt so ein bisschen besser. Ich finde das so was, so ist was technisch. Kenji macht schon nix nur so gerade. Also will nix gerade so mit uns machen, weil wir halt... Weil ich schon merke, so, wir haben gerade andere Interessen. Warte mal. Nochmal. Hey, Bro. Ja, mein Name ist Bro. Wie geil. Yo, mein Bro. Ja, das ist ja gerade anders, ne. Was ist los? Ähm. Kazushi. Ich glaube Kazushi, ne. Kazushi. Kazushi, genau. Was ist denn los? Wollt ihr denn da? Woher gehst du? Woher gehst du? Ja, ähm. Ja, ähm. Und dann hat es dann Marmor gesagt, wie gehst du mal denn da mit den Klammern vielleicht nie und so, ne. Ja, und ähm. Sie hat so gar nix für ihn gesagt, ne, dass da so dahin muss, ne. Und deswegen... muss der da auch hinten. Und wie war es? Ja. Ja. Okay, ich konnte ihm das heute nicht sagen, obwohl es jetzt gehen könnte, oder? Ja, und... Wer sagt ja, kannst du wirklich was für dich behalten? Und der ist für dich schlecht, weil ich so viel für mich behalten muss. Aber... Naja... Sie sind schon da so ungefähr so Freunde, also... Freunde können aber was für dich behalten. So wie lange so schlimm mit ihm wird, ist alles okay. Also wenn es ihm schaden könnte, dann weiß ich es. Ja, heute kein Training mehr. Du warst so spät. Ja, man muss aber aufpassen, der Katsushi. Ja, also der Agiko, der will immer wieder so auf mitkämpfen, aber er kann auch nicht. Okay. Also nur Persona, wir können den Waffen halt die besonderen Fähigkeiten sehen. Ja, der will wieder auf dem Boden. Ich bin gerade egal mit deinem Boden. Yukiko. Äh... Yukari. Yukiko ist von Persona 4. Aber jetzt denke ich glaube ich, da kannst du mit dem Partner mal so einen Cut machen, ne? Jo, mach ich mal einen Cut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Naua-Maki. Tschüss.